ja moin meine freunde the cake is wieder am start für euch mit lpt minecraft wir sind wieder da wir sind back das sagt laut ich ja mein freund wie geht's dir nicht so gut geht's nie gut er ist immer so mies gelaunt ich bin doch ich bin doch im kreativ sicherer tschuldigung das war so nicht vorgesehen ich muss mal kurz hier so so wir hören wir haben neue musik vom kevin mcleod ich habe das mal das ganze mal so gemacht das ist jetzt mal nicht so immer dasselbe kommt und wir haben uns gedacht wir starten mal so einen komplett neu anfangen ja wir räumen am besten alles mal aus unserem inventar raus da geht es nicht die ender chest soll man auch alles raus räumen natürlich habe ich noch eine kiste für uns sind genug kisten in der kiste in der kiste sind genug kisten ist das so dass sie genug kisten in der kiste da guck mal wir haben 37 stück wir haben 37 kisten in der kiste wenn man eine kiste gibt man eine kiste wie wir können eigentlich ich meine wie können eigentlich in zwei kisten 37 kisten passen wenn die doch genauso groß sind da haste so wir schmeißen alles raus verkündet ist in der hand noch ein block also noch ein denn wir wollten ja schon von uhrzeiten neuanfang starten haben wir aber irgendwie nie gemacht und wir dachten jetzt so nach 200 folgen kann man das mal machen ich habe die lieder noch nicht an der lautstärke angepasst ich nehme mal drei steaks mit auf den weg weil da verliere ich so viel essen ja ich nehme auch mal das ist mit fünf wir müssen durch näht wir müssen uns wir brauchen eh noch schwert also es ist das einzige was mitnehmen und wir haben noch holzstufen wir haben noch holzstufen alte antike holzstufen die man mit der axt noch abbauen muss er mit der spitzhacken so hauen wir mal schnellen bogen raus hier so die truhen die auch jetzt auch damit rein und meine diamant rüstung noch die ich an hatte so zack zack das ist ja hier safe da passiert ja nichts wir haben zwar jetzt pferde gesammelt und alles aber wir kommen ja irgendwann mal bestimmt wieder steck mal da wo wir hingehen brauchen wir sie nicht wenn wir nicht vorher sterben ja liebe welt du warst uns 277 folgen ein teuer begleiter aber jetzt wir wollten halt nicht ich wollte halt keine neue map anfangen weil das irgendwie dumm ist wir machen uns am besten nur steinschwerter das gleich pflasterstein aber nur ein steinschwert brauchen wir doch noch mal nur eins da und fünf sechs mehr haben wir nicht denn wer sich vielleicht noch daran erinnert da ist ja ein zombies spawner neben dran und deswegen nehmen wir einfach mal ein steinschwert mit nun zu verteidigen so würde ich sagen wir machen uns auf den weg mit den mine cards so tschüss meine freunde ihr passt ja auf dass hier nichts ne so tür zu und abfahrt übrigens die geräusche von dem minecarts sind gar nicht irgendwie übertrieben laut oder so ich gehe mal kurz optionen geräusche spieler ja genau das minecarts ist also spieler sound ja so dann durchschreiten wir das portal zur hölle hol so die herrschaften hier greifen uns ja nicht an wir haben auch mal gebaut früher und ja wir sind auch wieder hier auf die auf den gewohnten texturen weil jetzt mittlerweile konnte ich meinen texturenpack ja mal updaten wie geht es hier runter einfach so ich hab schon wieder zwei essensbalken verloren ist es einfach gut es liegt daran dass ich so viel sprinte aber darauf kann man es jetzt nicht schieben und warum auch immer habe ich im neta weniger fps was nicht auffällt irgendwie aber ich habe jetzt wegschmeißen nur die behalten und hier auch du scheiße was ist hier denn los alter wo bin ich gelandet ich glaube ich habe ich im let's play gehört kann das sein ich habe mir was ich habe mir was besseres versprochen warum sind ja so viele monster gespawnt ja die sind die ganze zeit weiter gespawnt also habe ich muss mal kurz die situation unter kontrolle bringen weil ich habe keinen bock jetzt hier gleich wieder zehnmal zu verrecken ja das ist unser neuanfang hier waren wir ja damals schon ich habe so einen alten heutigen penner gefunden der sich hier in der höhle verirrt hat neu anfangen neu anfangen hä ich hallo hallo wir sind doch bei mir am let's play together ich glaube ich habe mich verirrt ich glaube ich muss ich glaube ich muss zurück in in der will verliert man hier nicht aufgrund von sachen wir wissen ja dass hier der spawner ist hast du fackeln dabei vielleicht gar nichts mitgenommen ja das ist natürlich ja deswegen ich habe mal ein bisschen geguckt und ansonsten hätte ich nämlich wenn wir nämlich gar nicht in der neuanfang gemacht weil wir wollten nämlich komplett alles haben wir so spawnten hier alles das gibt es ja gar nicht Marcel du hast einen pfeil in der nase stecken damit kann man schön die die alten grünen popen ja und oben ist es nacht was heißt oben geht es genau so ab ist nur gespawnt er gestorben irgendwo da muss das doch da sein ich habe meine schulpers explodieren da hat es wahrscheinlich zerstört das item ja es ist ein bisschen blöd oben ist nacht ich hätte auch hier gar keinen neuanfang gestaltet wenn ich nicht gewusst hätte dass es hier irgendwo raus geht aber hier geht es irgendwo raus da kommt nämlich das wasser her da ist ein sandblock runtergefallen aber das thema gleich kann den zombie hier nicht schlagen übrigens kommen wir aber so hoch das wäre ich mache jetzt hier gerade der spatsche ich weiß es ist eigentlich schieten aber ich habe jetzt keinen bock hier als zu vertreten du elender cheater explosion aber immerhin bekommen wir unten gleich rohstoffe also so gar nicht mühsam hier hoch zu schwimmen ja ich hätte es auch stopfen können das wasser aber das wollte ich dann noch nicht also hier ist ein sandblock runtergefallen das war so ich habe hier nichts geändert mit dass das heißt hier offscreen map ändern und so ne das mache ich ja nicht vor allem irgendwo nach oben kommen ganz schnell ich habe zwar den fäder scheiße aber alles also man müsste nach oben schaffen also ich habe immer noch genug luft ja man schafft ich komme nicht mal durch das loch ach jetzt das dauert patrick trifft das loch nicht man 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 doch da wir müssen uns das nur mal glück gibt es den aggressiven unterwasser mob noch nicht sonst wird mir jetzt schon auf die fresse bekommen wahrscheinlich gibt es hier dann in der nähe nicht ich mach mal so eine markierung da ein waypoint auch eine markierung auf map eine oldschool markierung also so ein kacki stift ja sterb aber oh man ich sehe nur wüste da hinten ist es noch weiter da haben wir auch genug sand weil wir wollten da unten nämlich auch noch so eine riesige glaskuppel bauen so andere daum mäßig also irgendwie also irgendwie habt ihr mir ja was besseres versprochen in den vertragsbedingungen die ich unterschrieben habe der staat der war ja mehr als holprig ja das ist ja das stand so nicht im vertrag wir haben den scheiß zombies mit stand und im vertrag jahren ich habe schnell den wehpunkt gemacht bevor ich jetzt hier gleich mal das zuckerrohr mit hallo zombie hallo warum kann der mich schlagen es hat natürlich tut er jetzt nicht auf tausend anderes bohren übrigens für alle die noch gar nicht wissen wer ich bin mein namens project ja das neue offizielle mit blut hier weil dominik ja nicht mehr da ist es fällt mir gerade so im nachhinein mal sein so ich könnte mich ja mal vorstellen ja stell dich schon mal vor wie was was machst du so ja ich bin let's player mit 800 abonnenten ich bin fast voll unfame voll unfame 800 hier sind scheiß leute achte verpisst dich männer man ja 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 überall skelette aber ich habe ja ihr könnt ihr euch in der strich ja du komm jetzt her lust habt könnt ihr euch mal teleportieren wenn ich dann können das auch lassen also auf dem schwierigkeitsgrad spielen wir hier eigentlich ja normal der scheiß der scheiß striche hat mir halt mal alles bis auf zwei herzen abgezogen mit einem schlag eigentlich soll der normal eingestellt sein und hier haben wir einen sumpf hier können wir mal holz abbauen schön ich rasteig aus natürlich 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 hallo ich will meine sache ähm alter jetzt jetzt hat sich wirklich gleich nach geht aber los wird gerade von der spinne angegriffen und vermutlich getötet ja noch nicht mal holz hallo so einfach ist das ganz ehrlich das habe ich jetzt angekratzt so könnte jetzt ganz schön eingeben aber ich mache es mal nicht so ich habe eine macht weil ich das höchst unfair fand so kann ich jetzt ehrlich bei den scheiß wegpunkt löschen so ein scheiß latest def das brauche ich nicht hier sind kühe und schweine wir wollen uns da unten so ein bisschen einrichten aber wie ich will ja nichts verraten das seht ihr dann alles ja wo bist du das eigentlich hingerannt ich bin durch die wüste ein bisschen und dann ist da an der seite ein sumpf da gibt es holz hallo 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 die explodieren ja immer das ist doch unfair oh ein halbes herz nur noch gibt mir mal das rotenflasch dass der typ hier was zu beißen hat warte 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 hier hier muss ja kratzt verfaultes fleisch aus das muss er nicht wieder haben ich habe jetzt gar nichts mehr orientalische musik ich habe ja auch mal ein paar bauchtänzerinnen engagiert die tanzen da gerade ein bisschen auf nur weil man will ja auch gute laune beim let's play haben wo hat ja auch vertraglich zugesichert bekommen dass bei ihm ein paar nette damen vorbeikommen und mal hier so ein bisschen total immer doch hat zum glück irgendwie nur 270 folgen gedauert bis sie mich überredet haben im let's play mitzumachen war noch 277 oder 277 also 1 70 sind offiziell draußen ein bisschen was liegt noch auf der platte rum da war was soll und mir langweilig da haben wir einfach aufgenommen so ich werde mir gleich mal ein paar bisserl hier und so machen hat einer von euch schon die werkbank nein ok dann mache ich eine nimmt dann die setzlinge man mit ich möchte dann unten in der höhle mit ein bisschen erde und höhere baum anlage bauen erbauen ja wir müssen wir auch das dann so nuklearer winter mäßig ich muss man bis an diese schreckliche oberfläche ja hier ist alles verstrahlt ne ja dann können wir uns wir bleiben umso schnell sterben wir ja wir könnten eigentlich das ähm ja ja das gibt's ähm wie heißt das ähm Solarapokalypse gibt's das hab ich gesehen aber das gibt's leider nicht für die Version das ist ein Plugin und da wird's halt ähm tagsüber tierisch heiß also dass man Schaden bekommt und nachts wird's so kalt wenn man ein paar Blöcke von der Fackel weg geht dann friert man so ich baue ein bisschen Stein ab da mache ich euch ähm Werkzeug ja das wollte ich eigentlich auch gerade machen ich mache mir eigentlich sonst nix weiter als ähm Holzspitzhacke und Holz wie scheiße Schaufelnot gedrungen was ist denn ich habe mir gerade eine Holzhacke gebaut äh eine Holzachse und wollte gerade einen Baum abschlagen das ist mir eingefallen scheiße ja wir haben Weltedit hier drauf aber nicht wegen Cheaten sondern ach dann war's das wohl bringt auch nix naja gut nicht wegen Cheaten sondern äh wegen Worldguard dass hier halt äh die Creep uns nicht die Map auseinandernehmen weil ich das nämlich sehr nervig finde naja Patrick fliegt hier erstmal direkt vor mir auf der Schnauze ne Mine brauchen wir eigentlich nicht anlegen ich meine wir wohnen in der Mine da können wir die Kuhle und so abbauen das Neta Portal das Neta Portal bleibt natürlich aber ich glaube ich werde das mal irgendwann umsetzen solange wir das nicht groß äh äh verschieben um hunderte Blöcke dann sollte das eigentlich mit dem Portal verbunden bleiben was im Neta ist ich würde sagen wir müssten den Raum wo wir da gespawnt sind oder wo das Neta Portal Ding da steht ne den müssen wir den müssten wir groß machen den müssen wir als riesen Viereck ausheben so wie wir es bei mir im LPT gemacht haben da im Keller ich hab schon Eisen gefunden da wo wir so wie wir es bei mir da im Keller gemacht haben Kevin weißt du da wo die Mobfarm ist oh der Bauer Humber hat sich schon mal ein Ferrari gegönnt so wie es sich anhat bei mir ne baut alles ab so dass man nicht mehr rauskommt ist ja geil naja guck mal Marcel ich zeig dir mal was das ist ein ganz uralter Minecraft Trick das nennt sich Stacken man baut schon die Erde ab und dann hier geh mal weg hier geh mal weg jetzt rein das ist auch der Minecraft Trick man macht hier so ne Kreppe da kommt mal raus kommt mal rein kommt mal raus und hin und her und so weiter kommst du rein kannst du raus kommen ja kommst du rein können sie rausschauen sag ich ja mal um sie ne Schaufel auch oder nicht so Schafe haben wir ja auch hier ach komm ne Schaufel auch ne Schaufel auch ich mach mir jetzt erstmal alles aus Stein grundsätzlich mach ich mir immer alles aus Stein und von Schwerter mach ich mir sogar vier ähm Schaufel Axt oh geil da haben wir auch gleich einen Timbermatt mit einer Steinachse oder hab ich den auf Gold gelassen ich weiß es nicht ähh ich disparities Patrick gönnte sich ein bisschen Erde das ist okay ne Timbermatt geht nicht geht doch nicht da hab ich den auf Gold gelassen wahrscheinlich weil ich hab den ja damals auf ne Goldachse eingestellt aber es gibt so ein Mod wo man die wenn man den Baum abgeholzt hat dann verschwinden die Blätter ganz schnell ich weiss nur nicht wie er heißt Timbermatt nein nein er meint dass sie schneller die vorgesehen was er meint das war gerade nur ein witz von den ganz schnellen wie der Mott halt heißt weil sie schnell fand ich total geil und da waren auch so ganz so kleine Blätter immer von den also so Partikel ist gar nicht drinnen wie so ich nenne gar nicht drinnen was so los wie viel Holz nehmen wir mal so mit so ein Steck oder so mein Schmolmund packt ihr so viel ich sammel mal ein bisschen Samen brauchen wir ja auch noch ist Patrick mal ganz kurz durch die Map geschossen dammit boah ich bin gerade so für leid die ganzen Viecher hier abzuschlachten die rumrennen ja aber wir sollten die lieber einfangen und ich weiß leider dann übers Meer schiffen schippern und irgendwie unterirdisch schlagern stimmt wie willst du die Viecher eigentlich unterirdisch reinbekommen dass du wirst die Viecher kaum unter Wasser zerren können wenn sie von rein sprühen ja Patrick also ich weiß wie es geht ja ich hab da auch ne Idee wir bauen wir halt einfach ne Wendeltreppe oder so nach oben nein du musst einfach nur wie scheiße das denn bitte mehr aussieht dann warte du musst einfach nur damit wir sie runter bekommen danach machen wir sie wieder weg machen wir so ein Rohr so ein 4x4 Rohr und unten machen wir Wasser hin und schmeißen sie rein und dann nehmen wir die mit mit der Handwasser gerade gerne fressen nehmen wir sie mit und dann fallen sie dann da rein dann haben wir sie da unten theoretisch könnten wir auch Leinen machen müssen wir nur einen Slime finden im Moment ist das hier ist ein Sump hier gibt Slimes wenn man euch nicht mehr spawnen weil drüben spawnen auch welche also das liegt nicht an 1,2 Gebiet sondern die spawnen grundsätzlich das müsste eigentlich klappen ich lass mal die Werkbank hier rumstehen ich nehme mal noch Holz Patrick du hast ja Setzlingen und so weiter ne ich hab 32 Holz und das hier drüben ist übrigens nicht too many items das ist not enough items äh ich hab ein halbes Stack Holz äh ein Stack Erde und fast ein Stack Setzlinge ja das ist das perfekt bau mal hier für die Scheiße ab worum man kann die immer mal gebrauchen gerade wenn man irgendwas mit Wasser baut ja unter Ethisch wir müssen ja ein ein Feld anlegen beispielsweise ähm ja gut dass Marcel die Dinge obwohl ich habe eh noch meinen Last Death Point da unten also ich bin schon wieder zurück ne ja ich hab da meinen Wertpunkt ich nehme noch ein paar obwohl Bäume 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 hm ich nehme noch ein bisschen Holz mit weißt du wir haben ja hier Timber Mod ui ja siehst du hallo jetzt bewegt dich doch mal geht er jetzt oder was ja ja ich hab den reingehauen und auf ähm Steinachs gemacht fertig so bevor wir wieder abhauen oder seid ihr schon abgehauen äh ich bin hier noch ok gut dann also bevor wir abhauen ich nehme mir noch ein bisschen Stein mit eben beziehungsweise ich nehme das Eisen hier unten mal eben mit was da war Stein müssen wir jetzt nicht mitnehmen ja aber das Eisen was hier unten war ja ja da hat er recht da hinten rennt noch ein Stall rum ich sehe da hinten ist ein Dschungel da hat immerhin sechs Eisen ja da hinten ist ein Dschungel ey und ähm Kürbisse bis jetzt